Ich habe keinen anderen Wunsch. Sobald als möglich, will ich meinem Retter meine Dankbarkeit bezeugen. Ein Trupp Soldaten wollte ihr Gewalt antun. Der oberes Leutnant hat das durch seinen mutigen, persönlichen Einsatz verhindert und meine Tochter gerettet. Aber ich muss sie noch einmal sehen, die meine Dankbarkeit bezeugen. Tod. Tod. Ich habe den Grafen mit eigenen Augen tödlich durch die Brust geschossen. Eben jetzt habe ich eine Sensation gehabt, wie damals, als ich mit meiner zweiten Tochter schwanger war. Vielleicht wirst du den Phantasus gewähren. Wir hatten Grund zu glauben, ihr wäre tot. Ja, ich lebe. Ich liebe sie außerordentlich. Meine Schwester ist in andere Umstände gekommen. Hier ist die Möglichkeit ein unwissentliches Empfindnis. Willst du mir den Vater nennen? Nur Kies ist mehr wert als die ganze Welt, die sie verachtet. Ich habe keine Tochter mehr. Ein einziges heimliches Geflüstertes. Ich will nichts wissen! Schließlich kann man nicht eine Frau retten und sie gleichzeitig missbrauchen.